du nina ich habe dich gerade mal gegoogelt da ist meine private e mail adresse die ganzen kommentare die ich dir geschrieben habe das kann jetzt aber nicht jeder sehen oder wenn du auch solche fragen hast kommen in den ich mut da werden sie beantwortet ja ich ja ja ja